Anlässlich des Mühlentages am 20. Mai organisierte der Verein Mühlen und Technik Vira e.V. ein Schleppertreffen. Aber auch andere Oldtimer-Freunde waren mit ihren historischen Fahrzeugen herzlich willkommen. Vielen Dank. Applaus Interessant waren die ausgestellten Exponate des Modellbahnvereins Bonner e.V. Zum Beispiel dieser originalgetreue Nachbau eines Tagebaubackers. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist ja die Füße zu sein. Die Feuer wird spätig. Wir gehen so hin. Und wir kommen direkt mit. Hier. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.